Der König und sein Reich. Helmut Dähne und die Nordschleife des Nürburgrings. Kein Motorradrennfahrer kennt wie er jeden Zentimeter der über 20 Kilometer langen Achterbahn durch die Eifel. Jahrzehntelanges Pfeilen an der Ideallinie in 33 Links- und 40 Rechtskurven – langweilig wurde es ihm bis heute nie. Er ist der unumstrittene King of the Ring. Keiner prägte wie Helmut Dähne die legendäre Nordschleife. Der 63-Jährige ist einer der wenigen, für die der Ring der Himmel auf Erden ist. Für die meisten ist die berüchtigte Rennstrecke schlichtweg die grüne Hölle. Vor 41 Jahren zog das Kurvenlabyrinth Helmut Dähne in seinen Bann. Das erste Mal in Nordschleife war ich im Urlaub. Da war meine Entwicklungsabteilung hier oben und hat die Prototypen für die R 75 5 erprobt. Mich hat man noch nicht mitgenommen, weil man wusste ja noch nicht, ob ich talentiert bin. Ich wusste ja selber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, da fahre ich rauf und schaue zu im Urlaub. Und das habe ich gemacht, noch mit dem Kollegen. Und dann sind wir hier die ersten Runden gefahren und das war 1965 im Sommer. Da war es ähnlich warm wie heute. Und mir hat diese Strecke so gefallen, dass ich gesagt habe, da muss ich fahren, da muss ich immer wieder her. Und das ist heute noch so. Die ersten Rennerfahrungen sammelt Dähne beim Geländesport. Mit 24 Jahren dann der erste Sieg auf der Straße. Der Start einer außergewöhnlichen Karriere. Von knapp 400 Rennen gewinnt er 126. Dazu kommen gut 70 zweite und dritte Plätze. 15 Mal wird er deutscher Meister. Sein Speed auf der Nordschleife macht ihn zu Lebzeiten zur Legende. Viermal stellt er den absoluten Rundenrekord ein. Zuletzt 1993 auf einer Honda RC30. 7 Minuten 49 Sekunden. Eine Zeit für die Ewigkeit. Ich habe mir während dieser Runde gedacht, eigentlich fährst du überhaupt nicht spektakulär. Also dachte ich mir, hättest du eigentlich schneller fahren können. Ich wusste schon, dass ich sehr schnell war. Trotzdem, weil wenn es unspektakulär ist und richtig flüssig geht, fehlerfrei, dann ist man automatisch schnell. Und so war es dann auch. Heute ist Dene als Gastinstruktor des Motorrad-Action-Teams unterwegs. Er dreht am Hahn einer brandneuen Honda Fireblade. Vor allem der elektrohydraulische Lenkungsdämpfer kommt ihm auf der Berg- und Talbahn der Nordschleife sehr entgegen. Kein Vergleich zur RC30, seiner letzten Rekordfahrt. Das sind schon zwei Welten. Wobei die RC30 immer noch mein Lieblingsmotorrad ist, weil es halt die 750 ist, die nicht so viel Leistung hat und viel unproblematischer zu fahren ist auf dieser Strecke als so bei einem starken Motorrädern wie dieses hier. Da hat man weniger Probleme und fährt deshalb auch nicht viel langsamer. Helmut liebt jede der 73 Kurven. Einige Sektionen haben einen besonderen Reiz. Mit 250 kmh geht's durch Vollgassektionen wie Flugplatz und Fuchsröhre hinauf zum Adenauer Forst. Hier kommt man furchtbar schnell an. Also bei meiner Rekordrunde, da war datarecording am Motorrad, hatte ich in der Fuchsröhre 249 drauf. Und dann fährt man noch den Berg hoch und lässt es immer noch stehen. Und erst vor dieser Linkskurve hier, die über eine Kuppe geht, macht man das Gas zu. Hier zeigt der König dem gemeinen Nordschleifenvolk, wo es lang geht, dank individueller Kampflinie eine perfekte Überholmöglichkeit. Das habe ich gelernt 1972. Da fuhr ich drei Runden hinter einem hier im deutschen Meisterschaftslauf und konnte nirgends überholen. Und da habe ich gemerkt, der fährt hier aus und da probiere ich es einfach mal innen gerade durch. Und das habe ich gemacht, das hat gepasst, da war er hinter mir. Weltweit einzigartig das berühmte Karussell, eine Rüttelpiste in Zwangsschräglage. Das Problem ist, dass die einzelnen Platten ziemliche Versätze haben und so richtig, ja so richtige Kanten drin haben, wo es so richtig durchbeutelt. Aber das Fahren in dieser Schräglage an der Wand entlang, das ist kein Problem, wenn man richtig eingefädelt hat. Mit 95 kmh brettert Däne ins Karussell hinein. Die richtige Linie auf den Betonplatten ist hier lebenswichtig. Wenn man meint, jetzt geht es nach oben, dann lieber ein bisschen nachdrücken, denn wenn es nach oben geht, dann hat man verloren, dann ist man schwupp draußen und hat Mühe, das Motorrad noch einzufangen vor der Leitplanke. Raus aus dem Karussell mit einem beherzten Wheelie. Angst ist für Helmut Däne ein Fremdwort, besonders auf der heißgeliebten Nordschleife. Angst, wenn man hat, dann sollte man es bleiben lassen, denn dann macht man Fehler. Respekt ist das, was jeder hier haben sollte. Respekt vor der Strecke und die Strecke ernst nehmen und nicht rumblödeln, das führt immer ins Aus. Rennen fährt Helmut Däne nur noch selten. In Lehrgängen gibt es ein enormes Nordschleifen-Know-how weiter. An seiner Fabelzeit von 7,49 werden sich Motorradfahrer noch viele Jahre die Zähne ausbeißen. Mindestens so lange bleibt er der unangefochtene König der Nordschleife.